Tag gesagt und willkommen auf unserem Kanal, willkommen zu einem neuen Video. Wir zeigen euch heute, wie ihr aus einer solchen Kellner-Tasche mit nur ein paar Modifikationen einen annehmbaren Seitenköcher bauen könnt. Dazu brauchen wir eine Kellner-Tasche, ein Stück Karton oder wie in meinem Fall hier etwas Styrodor, etwas Plastikkarte, einen Yoga-Block, ein Cuttermesser, ein Lineal, einen Bleistift und einen Carbon-Schaft. Ja, und wenn wir jetzt hier in einer Kochshow wären, dann würde ich sagen, ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Und zwar habe ich aus der gezeigten Plastikkarte mir ein passendes Stück mit dem Cuttermesser ausgeschnitten, als Stabilisierung für die Tasche auf der Rückseite. Aus dem gezeigten Styrodor habe ich mir eine Art Schablone gebaut, um auf die Höhe dieser Tasche zu kommen. Die Schablone hat mir dann geholfen, aus dem Yoga-Block ein passendes Stück auszuschneiden, das wirklich knackig in die Tasche reinpasst und auch ohne Verkleben hier drin einfach hält. Mit dem Carbon-Schaft habe ich, ich hoffe man kann es sehen, hier sechs Löcher reingebohrt. In die passen wunderbar die Pfeile, ohne dass sie wackeln oder klappern. Ein weiterer Vorteil von dieser Kellner-Tasche ist noch, die hat hier vorne einen Einschub. Da könnte man zum Beispiel im Turnier die Kladde reinpacken mit der Punkteliste. Sie hat links und rechts nochmal zwei so eine Taschen, in die locker leicht ein Kugelschreiber reinpasst oder vielleicht sogar noch ein siebter Pfeil oder ein Flu-Flu als Ersatz. Wir werden mal jetzt noch drei Pfeile hier reinpacken und gucken, wie die da drin sitzen. So, lassen sich auf jeden Fall super hier drin unterbringen. Wenn man mal jetzt hier so guckt, die sitzen fest da drin, fallen nicht raus, klappern nicht, schlagen nicht aneinander und damit ist es fast ein vollwertiger Köcher für eine Parcours-Runde. Ja, das war es schon wieder heute. Lasst uns einen Daumen nach oben da und wenn euch das gefallen hat, das Ganze hier, freuen wir uns natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.